Hallo. Hallo, Leute. Ich bin so gespannt. Ihr müsst mir doch euren Song mal anhören. Ach, Sie wollen doch nur unser falsches Englisch korrigieren. Falsch, richtig. Hier geht's um Kunst. Im Noten. Jedenfalls nicht um Schulnoten. Vielleicht. Druck noch die neuen Noten aus. Die brauche ich sowieso nicht. Aber ich vielleicht. Sorry, Leute. Mein Drucker hat gesponnen. Hallo, Herr Seifert. Danke. Na? Danke. Ja, zum Waren wäre eine Körperversion. Okay, stehlen. Danke. 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 Glückwunsch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ein Arzt! Hilfe! Wir brauchen einen Arzt! Bitte! Ist hier ein Arzt? Hilfe! Wir brauchen einen Arzt! Was machen Sie denn hier? Was machen Sie hier? Ich bin aus. Weight Observing. Unsere Diätgruppe. Und Sie? Kommen Sie! Kommen Sie schnell! Malen für Paare. Kreativität in einer Zweierbeziehung. Guck mal da! Romöbius! Das ist übrigens Marion, meine ich. Schwerer Stromschlag, glaube ich. Da ist nichts mehr zu machen. Was heißt das? Das heißt, da muss jetzt die Polizei her. Die Polizei? Ja, natürlich. Die Polizei! Herr Kleine! Die Polizei! Ich versteh's ja auch nicht, Herr Oberstudiendirektor. Nein, nein! Panik! Ich muss nur Luft holen. Aber trotzdem, ich muss jetzt die Polizei! Hallo? Ist was passiert? Kopf gestoßen. Ja gut, wenn Sie wollen, dann machen Sie das! Aber schnell! Stealing von der Royal E? So eine alte Nummer? Das ist eine Empfehlung von Seifer. Das war wohl seine Zeit. Geht aber immer gut ab, der Song. Auch unsere Polizei bildet sich weiter. Die Damen und Herren sind von der Crico. Alle in verschiedenen Volkshochschulkursen. Spurensicherung kommt gleich. Wie konnte denn das passieren? Elektrische Instrumente, 5000 Watt, Verstärker. Hat's gerumst. In der Haut des Schulleiters möchte ich jetzt nicht stecken. Wieso? Na, wer hat denn die oberste Aufsichtspflicht? Haben Sie was? Hals verringt. Karl! Siegbert! Vielen Dank, dass du gleich gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich für einen alten Schulfreund. Das dürfte der erste Todesfall eines Schülers in der Geschichte unseres Gymnasiums sein. Und das mehr. Ich war von Anfang an gegen diese verdammte Schülerband. Und hab mich rumkriegen lassen. Na, ist gut. Jetzt lass uns die Bescherung erstmal in Augenschein nehmen. Guten Abend, Herr Direktor. Frau Möbius! Was machen Sie denn hier? Entschuldigung, Herr Direktor, aber das gleiche könnte ich Sie fragen. Man hat mich gerufen, und Sie? Ich kam wie gerufen, weil ich war schon da. Und Herr Pohl und seine Marion und der Herr Schilling auch. Die Volkshochschule hat ja heute ein unglaublich breites Angebot. Kurse für jeden Geschmack und jedes Interesse. Das glaubt man gar nicht. Warum sollen unsere Räume die Hälfte der Zeit leer stehen, Siegbert? Und was haben Sie sich aus dem breiten Angebot ausgesucht? Literatur. Literatur. Kriminalliteratur. Von Frauen für Frauen. Mitunter sehr spannend, aber wo nicht spannend genug, um Ihr Interesse ganz zu vereinnahmen. Was? Ein bedauerlicher Unfall? Mit Todesfolge höre ich. Das muss sich erst noch herausstellen. Also die Möglichkeit der fahrlässigen Tötung oder sogar die der gar nicht so fahrlässigen. Also die müssten erst mal untersucht werden, um Sie dann definitiv... Frau Mümbius, die Fantasie geht mit Ihnen durch. Zu viele Krimis. Wo ist eigentlich Strobl? Lassen Sie mich diesen Fall weiter bearbeiten, Herr Kriminaldirektor, bitte. Sie brauchen bald einen geeigneten Nachfolger für Strobl. Und wo soll denn der herkommen, wenn der Nachwuchs nicht endlich mal an größere Aufgaben herangeführt wird? Hier ist Strobl. Bin ich da. Machen Sie es kurz. Sie haben noch 3,5 Sekunden Zeit. Chef! Paul hier. Meuterei. Größter anzunehmender Unfall. Chef! 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 Ja, Paul? Ich bin noch wach. Nochmal langsam. Sie malen für Paare. Schilling beobachtet Gewichte und Frau Mümbius ist auch da. Und unser Oberkriminalstudiendirektor ist... Hörst du nur? Das sind zwei. Wie bitte? Heimrand beauftragt Schilling? Der Fettdurst findet sich morgen in der Polizeikantine wieder als Schweinebauch süß-sauer. Und Heimrand gibt's als kostenlose Sättigungsbelage. Paul, wo sind Sie? Geben Sie Vollgas. Ignorieren Sie rote Ampeln, schießen Sie sich den Weg frei. Ich stehe in 10 Sekunden vor der Tür und 10 Sekunden später steige ich zu Ihnen den Wagen. Alles klar? Abflug. Jetzt gib doch mal Gas, Dieter. Guck mal, da steht der ja schon. Na, üblich. Wir müssen doch eben die Opfereltern benachrichtigen. Wer sagt das? Schillingaufweisung von Heimeran. Jetzt wird umgewiesen. Ab zur Schule. Sonst hat Frau Möbers die Nase so tief drin, dass sie nicht mehr rausgeht. Die hört doch sicher wieder das Gashus. Das ist aber die Nase vom Schilling diesmal gefährlicher. Der will sich nämlich profilieren auf Kosten vom Dieter und von Ihnen. Sie haben da was. Das ist aber nicht mehr malen für Paare. Absolut richtig, Herr Strobl. Der Schilling muss weg. Überlassen Sie das mir. Ja, und die Opfereltern? Überlass das mir. Los jetzt. Fahr. Ja, schön. Frau Möbius, Sie assistieren als erfahrene Kraft. Gut. Auf Ihre Verantwortung. Kann mir mal jemand erklären, wieso ich als Leiter der zuständigen Kommission nicht als erst informiert werde? Ich höre. Das war Pol. Wir waren zufällig vor Ort. Der Herr Schilling, Herr Pohl und ich. Zufällig? Bisschen viel Zufall auf dem Handel. Waren das eben die Zeugen? Erste Befragung abgeschlossen. Protokolle? Der junge Kollege hat die Untersuchung begonnen und setzt sie fort. Der Nachwuchs muss von größeren Aufgaben herangeführt werden. Als Pädagoge kann ich das nur unterstreichen. Im Grunde geht es ja nur um den Abschlussbericht. Die haben da was. Die Fakten liegen ja vorwärts. Die Anlage war manipuliert. Hier lag Hochspannung an. Durch Berührung mit dem Fuß wurde dann der Stromkreis geschlossen. Und Roms. Aber das heißt ja... Mord. 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 Das ist jetzt schon sehr spät, Chef. Und ich brauche meinen Schlaf. Jetzt ist die Erinnerung frisch. So frisch wird sie nie wieder. Also fleißig den Stift gespitzt. Sonst sind wir geschiedene Leute. Was sehe ich? Weiß ich nicht. Jeder sieht was anderes. Sehen Sie hier ein Protokollduplikat aus Ihrer Hand? Nein. Bin ich noch nicht zugekommen. Konsequenz? Ab jetzt sehe ich Sie nicht mehr. Warum? Weil Sie mich rausschicken. Weil Sie Luft sind für mich. Ab jetzt und für immer. Tür zu. Setzen. Wieso weiß ich noch nichts von den Eltern des Opfers? Nach der traurigen Mitteilung minutenlanges stummes Entsetzen. Gefolgt von hysterischen krampfordigen Anfällen. Grauenhaft. Und weiter? Die Mutter des Opfers verstieg sich dann zur Verwünschung eines gewissen Biestes, das ihrem Sohn den Kopf verdreht hätte, worauf dieser aus pubertärem Imponiergehabe seine wunderschöne klassische Akustikgitarre in die Ecke gestellt und stattdessen zu diesem jaulenden Mordinstrument gegriffen hätte. Alles wegen diesem Weibstück. Es ging wohl um die Sängerin in der Band. Diese, diese Pet. Aha. Da haben wir es mal wieder. Die haben zusammen Musik gemacht. Sonst nichts? Alle sagten, sie seien Freunde. Das Mädchen und die Jungen? Wie fänden Sie diese Pettern, wenn Sie 16 ungebunden und sehr unternehmenslustig wären? Also, ich bin doppelt so alt, trotzdem ungebunden und muss sagen, Verzeihung, absolut scharfe Braut. Sehen Sie? Warum sollte es Tom, Mike oder Axel anders gehen, äh, gegangen sein? Jemand hat die Anlage manipuliert. Jemand, der Zugang zu den Geräten hatte, bevor Mike eintraf und der sich mit dem Zeug auskennt. Der Lehrer kam erst, als die drei schon übten. Pet? Wohl kaum. Hier bleiben Tom oder Axel. Oder beide. Aus Eifersucht. Aus Rivalität um Pet, die Mike vorgezogen hat. Mit Eifersucht hätten wir statistisch gesehen das zweithäufigste Mordmotiv nach Geldgier, die in diesem Fall wohl eher ausscheidet, da keiner der Beteiligten selbst Geld verdient oder damit zu tun hat. Wegen was wird auf dieser Welt gemordet, Pol? Wegen Geld und aus Liebe. Geld scheidet aus, hat das Opfer noch nicht verdient. Bleibt aus zweites nur das eine, um das es stets, ewig und immer geht. Ist die Liebe das wert? Ja, am Anfang vielleicht schon. Und später? Später ist es dann mehr Vertrauen und Sicherheit und, und... Malen für Paare. Also erneute diesmal getrennte Zeugenbefragung. Ja. Darf man fragen, was der Ermittlungsleiter plant? Oder ist der Teamgedanke ganz abgeschafft? Und? Nochmalige diesmal getrennte Zeugenbefragung. Ist das alles? Viel hat sich ja diesmal nicht auf Lager. Sie? Und was ist mit ihm? Vergessen Sie Schilling. Dieses Weichei. Wer da drüben den Ton angibt, ist doch wohl klar. Die Möbius pusht diesen Scherzkeks noch ganz nach oben. Thema Teamarbeit. Ich bräuchte jemanden, um die Zeugen aus der Schule hierher zu schaffen. Halbdackelkrimineller. Mitten aus dem Unterricht muss das denn sein? Klar, Macht demonstrieren ganz wichtig. Die Schnelligkeit der Ermittlungen nach einer Tat ist entscheidend. Ein Fall löst sich entweder unmittelbar oder es dauert Monate. Ein Mittelding findet Sie fast nie. Was? Monate? Ich höre ja wohl nicht richtig. Immer mit der Ruhe. Jetzt setzen Sie sich erstmal. Stellen Sie uns wenigstens einen Privatlehrer, wenn wir dauernd fehlen. Jetzt kommt man runter. Einmal ist nicht dauernd. Je besser Sie kooperieren, desto schneller sind Sie wieder weg. Wichser. Stimmt. Von allen ist überall was drauf. Logisch. Wenn die Speedkings irgendwo auftreten, bei einer Schulfäti oder so, dann packen natürlich alle beim Aufbau oder Abbau der Anlage mit an. Und der dicke Daumie, von wem ist der? Der ist noch nicht identifiziert. Aber lassen Sie ihn vom Hausmeister oder von Seifert, dem Lehrer, sein. Die Betreuung der Band ist ja quasi Ihre Aufgabe. Aus den Finger abdrücken lässt sich kein Indiz stricken. Oder? Ich denke, Sie sollten mit dem Bassisten, diesem Achsel anfangen. Der war gestern als Erster im Übungsraum. Hat er selbst so Protokoll gegeben. Wir knöpfen uns zuerst den oder die vor, der oder die gestern als Erster erst im Übungsraum war. Und das war wer? Oder was? Moment. Wer war denn gestern als Erster im Übungsraum? Der Betreffende wird gerade vom Gegner einvernommen. Ja, gestern war ich als Erster da. Aber was soll das heißen? Dass Sie, erst mal rein hypothetisch gesprochen, unbeobachtet Zugang zur Anlage und zu allen Instrumenten hatten. Sie verdächtigen mich also, dass ich am Equipment rumgefummelt habe. Erstens, warum sollte ich das tun? Zweitens, könnte genauso gut jemand am Ende der vorletzten Session was gedreht haben. Und da bin ich nämlich als Erster weg. Drei Jungs und ein Mädchen in einer Band. Und so wie Pat aussieht, da gab's keine Rivalität. Ja, ich hab auf Mike gestanden, okay. Aber da lief nichts, echt. Ich glaub sowieso, der hat nur auf seiner Gitarre gestanden. Aber woran konnte man das denn merken? Na ja, er hat's Lucille genannt. Das reicht ja wohl, oder? Ja. Und sie so Hendrix-mäßig mit der Zunge bearbeiten, das hat er ja auch schon probiert. Ja, Jimmy! Jimmy Hendrix! Ich find sie geil, sie mich nicht so. Okay, muss ich mitleben. Bekommt er Stimmung in der Band eh besser, wenn's keinen Generve mit irgendwelchen Fickgeschichten gibt. Soll ich übersetzen, Frau Melius? Nein, danke. Ist in etwa angekommen. Haben wir noch weitere Fragen? Seine Physiknote. Wozu? Ach, sie denken, wer in Physik gut aufpasst, der stöpselt mir eben so ein bisschen rum und schickt den Saft in die falsche Richtung. Vier. Fünf. Tja, typisch Frau Null Ahnung von Technik. Ihre Worte, nicht meine. Ja, aber denken tun sie's doch trotzdem. Können Frauen Gedanken lesen, Pohl, was meinen Sie? Morion garantiert. Also derjenige, der am meisten Ahnung von Physik und Elektrik und so hat, ist Axel. Aber den können Sie vergessen. Der ist für sowas nicht gemein genug. Puh! Also, ich steh in Physik zwischen eins und zwei, kenn das Ohmsche Gesetz, kann zwischen einer Reihen- und einer Parallelstaltung unterscheiden. Aber ich kill doch nicht so einen talentierten Gitarristen wie Mike wegen einer Frau. Habt ihr sie doch alle? Mehr als eine Handvoll Leute kommen nicht in Frage. Wir gehen nur routinemäßig verschiedene Möglichkeiten durch. Und zu denen gehört auch Mord aus Leidenschaft. Jahrhundertelang üblich. Bei der heutigen Jugend wohl nicht mehr. Muss ich mich jetzt entschuldigen, dass ich's nicht war? Für einen Mord aus Leidenschaft hätte ich ja wenigstens noch Verständnis. Aber Romantik ist für die ein Fremdwort, Pohl. Mir war und ist die Band wichtiger als alles andere. Mit Mord wären Sie bei uns nicht fündig. Sorry, dass ich kein Killer bin. Haben Sie dir auch so schwanzgesteuerte Fragen gestellt? Noah, Mord aus Leidenschaft in einer Tour. Was soll denn der Scheiß? Andere Generation, würde ich sagen. Was will man machen? Was geht denn jetzt hier ab? Ey, komm. So was kann man sich nicht bieten lassen. Ich mein, wer bezahlt die denn schließlich mit Steuern ohne Ende, hm? Unsere Alten. Ja, unter 10 bis 15 Jahren wir. Frühestens. Nee, spätestens. Also wenn wir schon einen kompletten Schultag verpassen, ja, dann müssen wir nicht auch noch blöde rumsitzen und die Zeit totschlagen. Ihre Kollegen sind eben grußlos an uns vorbei Richtung Ausgang. Die hatten wohl auch genug. Ja, also brauchen Sie uns noch oder nicht? Weil ich müsste nochmal dringend in meine Lateinvokabeln für morgen gucken. Passen Sie mal auf. Bei mir besteht überhaupt gar keine Fluchtgefahr. Ich will mein Abi nämlich dort machen, wo ich schon seit acht Jahren büffe. Also, wenn Sie mehr auf der Pfanne haben, als dauernd dieselben haltlosen Beschuldigungen zu wiederholen, dann wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Und tschüss. Tschüssi. 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 Puh, scheiße ohne Beweise. Zu meiner Zeitverschule ist mir jetzt eine Ehrensache. Und zwar mit gefälschten Entschuldigungen. Marschrichtung klar? Marschrichtung klar. Hatten Sie keine Bedenken gegen die Aktivität der Schülerwände außerhalb der Schulzeit? Aufsicht konnten Sie ja nicht gewährleisten. Wenn man die Aufsichtspflicht so eng auslegt, schnürt man die Eigeninitiative der Schüler total ein. Keine Sport AG, keine Theatergruppe, kein Chor, rein gar nichts. Wenn auch selten etwas passiert, man muss mit Unfällen rechnen. Das mit dem Unfall ist ja gerade zweifelhaft. Was haben Sie denn da? Ein kleines Malheur. Am Ende war es ein technischer Defekt. Sie werden sehen. Bitte. Etwas anderes kommt doch gar nicht in Frage. Mehr als Herrn Seifert und Herrn Kleine mit einer ordnungsgemäßen Erstinstallation der Musikanlage betrauen, konnte ich nicht tun. Es war ja auch alles in Ordnung. Bis gestern. Also liegt die Verantwortung Ihrer Meinung nach bei den Genannten? Nein, dass Sie bloß keinen falschen Eindruck kriegen. Ich habe die Initiative von Herrn Seifert, neben Chor und Orchester auch eine Rockband ins Leben zu rufen, von Anfang an unterstützt. Denn ich finde kulturelle Betätigung optimal für die Persönlichkeitsentwicklung junger Leute. Der Oberstudiendirektor war von Anfang an gegen die Band. Und es hat sich ja aufs Schlimmste bestätigt. Wieso war er dagegen? Wir haben ein Schulorchester und ein Schulchor. Das reicht ja wohl. Man muss doch auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Aber nicht, wenn keine Aufsicht da ist. Seifert hat zwar am Anfang die Installation der Anlage mitgemacht. Ich habe auch mal einen Blick drauf geworfen. Aber ich bin hier nicht als Rodi von der Rockband angestellt. Wenn Sie solche Bedenken hatten, wieso hat der Direktor nicht auf Sie gehört, sondern letztendlich doch seine Zustimmung gegeben? Weil er es einfach Stimmung gemacht hat. Mit Rückendeckung von oben. Erst Schulrat, dann Kultusministerium. Dann hat er offenbar Freunde. Beziehungen. Ich bin gespannt, ob die Herrschaften jetzt zu ihrer Verantwortung stehen. Oder den ganzen Schlamass in der Schulleitung anhängen. Das wäre noch der Gipfel. Ich denke, der Herr Seifert wird zu seiner Verantwortung stehen. Deshalb hat er sich jetzt auch erst mal krank gemeldet, was? Also zwei komplett unterschiedliche Aussagen. Und welche Fassung stimmt? Im Endergebnis wollen beide die Verantwortung wegschieben. Der eine verpackt ist diplomatischer, der andere direkter. Und dass Indizien gegen einen bloßen Unfall sprechen, das ignorieren wir einfach völlig. Wir sollten sofort zu Seifert fahren und ihn mit den unterschiedlichen Aussagen konfrontieren. Mal sehen, ob der sich auch aus der Affäre ziehen will. Und bevor wir das machen, essen wir erst mal was. Seit dem Frühstück keinen hab's zu mir genommen. Ich auch nicht. Und das Komische ist, ich hab gar keinen Hunger. Das ist wirklich komisch. Ja, wenn man mal so richtig an den Fall herangelassen wird, hat man nichts als die Arbeit im Kopf. Eine ganz neue Diätform. Hoffentlich lösen sich alle Rätsel bald, sonst sind sie am Ende nur noch einen Strich in der Landschaft. Oh, ich denke, ideale Tatumstände für minus 30 Kilo. 30 Kilo abnehmen? Dann sollten sie aber auf Dienstfahrrad umsteigen. Ich bin nicht krank. Aber eine Klasse unter die Augen treten, das konnte ich heute nicht. Unter meinen Augen ist ein Schüler zu Tode gekommen. Es hat jemand an der Anlage herum manipuliert. Das konnten Sie nicht vorhersehen. Die Band ist auf meine Initiative hin entstanden. Ohne mich gäbe's die Speedkings nicht. Und dieses tragische Geschehen schon gar nicht. Aber auch die Entstehung der Schülerband haben Sie nicht allein zu verantworten. Schließlich musste der Schüler die Sache absegnen. Schon. Aber erst nach langem Hin und Her. Im Grunde war er dagegen. Und hat August dem Kleinen angewiesen, die Sicherheit der Anlage und der Stromverbindung lieber dreimal zu viel, als einmal zu wenig zu prüfen. Eine Besorgnis war nur zu berechtigt, die man jetzt sieht. August den Kleinen? Den Hausmeister. Die Fühler nennen Direktor und Hausmeister nur Karl den Großen und August den Kleinen. Kontini ist längst zu. Wo bleiben die bloß? Klare Sache. Die Möbos hilft dem Schilling seinen ersten Fall lösen. Ach, und warum dem und nicht mir? Weil sie weiß, dass sie viel zu loyal sind, Pol, um sich hinter meinem Rücken helfen zu lassen. Im Gegensatz zu Schilling, diesem Sitzpisser. Gegen den war Schubert ein Zauberschatz vom Kollege. Schubert, wo bist du? Der lässt seine Rekonvaleszenz plus Q-Aufenthalt fließend in den Vorruhestand übergehen. Trotz Pensionsminderung, wie es aussieht. Kann sich das denn überhaupt leisten? Na ja, so ein kleiner Schubert braucht nicht viel. Dem reichen halbe Portionen. Der hat's richtig gemacht. Der ist gegangen, bevor er zum alten Eisen geworfen wurde. Damit meinen Sie ja wohl nicht sich, Chef. Wen sonst? Mein Vorgesetzter hat mich übergangen und einen Anfänger mit der Verantwortung betraut. Deutlicher kann man einem die Wahrheit doch nicht vor die Tür setzen. Dann müssen Sie sich wehren, Chef. Mit allen Mitteln. Wen soll ich umbringen? Schilling? Heimeran, die Möbius und alle drei. Der Kleine ist ein ziemlicher Choleriker, dem rutscht schon öfters die Hand gegenüber einem Schüler aus. Der Elternrat arbeitete auf seine Entlassung hin, aber Parkenbrink hat seine volle Autorität aufgebracht und ihn in den Hals gerettet. Und seitdem frisst der Kleine dem Großen aus der Hand. Wusste die Schulbehörde davon? Ja. Aber man wollte den Schulleiter nicht demontieren und schloss sich seinem Votum für den Hausmeister an. Doch seit diesem Zeitpunkt verfolgt die Behörde eine neue Politik, um die alten Zöpfer ein bisschen zu kappen. Was die jüngeren Lehrer natürlich dankbar aufgreift. So viel wir gehört haben, genießen vor allem Sie die Unterstützung von oben. Bis gestern. Das wird sich jetzt ändern. Wenn ich nicht ganz suspendiert werde, dann muss ich in jedem Fall die Schule wechseln. Und die Nachfolge von Parkenbrink, die kann ich mir komplett abschminken. Hat man Ihnen denn sowas angeboten? Der Schulrat hatte den Eindruck, dass sich Karl der Große, also Herr Papenbrink, im Laufe der vielen Jahre an den Schülern aufgerieben und seine ganze Energie verbraucht hatte. Es gab da zumindest einiges Zureden in Richtung Vorruhestand. Und ich wäre ein möglicher Kandidat gewesen. Und ich hätte wohl auch nicht Nein gesagt. Moin. Zwei große Pilze. Sehr kühl, sehr wisch und ganz schnell. Eigentlich heißt es ja kein Alkohol vor Sonnenuntergang. Wenn Sie es auf den Lebensabend zu steuern holen, dann heißt es nur noch Alkohol vor Sonnenuntergang. Dann wäre in meinem Alter weiß schon, ob er den nächsten Sonnenaufgang noch erlebt. Jetzt sehen Sie mal nicht so schwarz, Chef. Sie wären noch hundert. Das liegt doch schon drin in dem Wort Lebensabend. Alles versinkt in eine Dämmerung. Jedes Glas wird zum Dämmer shoppen. Morgens, Mittags oder Abends. Setzen. Ich sag eben noch Marion Bescheid, sonst hundert die sich, wo ich bleibe. Hermann? Jo, Jo. Marion, ich bin's. Musik? Ja, ich bin doch hier mit dem Chef. Ja, dem geht's nicht so gut. So Todesahnungen und so. Ein Spaziergang auf dem Friedhof wäre da, glaube ich, ganz falsch. Du sollst nicht mit Strobl in der Kneipe umhängen, sondern dein Konkurrente aus dem Abendmobel. Hast du schon vergessen, Dieter? Herr Direktor. Weg, Strobl weg, Pol weg, Schilling weg, Frau Möbius weg. Jetzt wieder da. Und wo ist der Abschlussbericht, der mir gestern zugesagt wurde, in die Hand versprochen? Noch nicht fertig. Wer bremst? Frau Möbius mit ihren Schreibfertigkeiten wohlkommen. Der Fall als solcher bremst. Da ist noch einiges unklar. Dann lassen Sie uns doch etwas Licht ins Dunkel bringen. Wir gehen immer noch von einer Manipulation am Bandequipment aus. Ob vorsätzlich oder fahrlässig, muss ich erst herausstellen. Allerdings scheiden die überlebenden Bandmitglieder wohl aus. Die Motivlage gibt da einfach nichts her. Was gibt denn sonst etwas her? Man sagt, der kleine Hausmeister-Kleine kennt jeden Draht und jeden Stöpsel und ist von Schulleiter Papenbrink ausdrücklich mit den Sicherheitsbelangen im Schulkeller betraut worden. Man sagt, wer ist dieser Mann? In erster Linie Lehrer Seifert. Ja, wenn ich der wäre, würde ich mir auch was in der Art zurechtlegen. Herr Schillingsgefühl sagt aber, dass sich eher der Hausmeister und der Schulleiter etwas zurechtlegen, als der arme Seifert. Gefühl? So, so. Ich kenne Oberstudiendirektor Papenbrink seit meiner Jugend. Lateiner, Grazist, Humanist aus Überzeugung. Gignosco seoton. Erkenne dich selbst. So einer legt sich nichts zurecht. So einer steht fest zu seinen Überzeugungen und Handlungen. Vielleicht zu fest. Die Welt hat sich verändert und er nicht mit. Das macht ihm zu schaffen. Das spürt man doch. Spüren? Fühlen? Polizeiarbeit schließt schwammige Emotionen aus. Polizeiarbeit verlangt glasklare Fakten. Und die will ich morgen in ihrem Abschlussbericht lesen. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Siegbert, hallo! Karl, Mensch! Entschuldigung. Denk an meine Pumpe. Ich will die Rente ohne Herzinfarkt erreichen. Ja, ich habe deinen Wagen stehen sehen und war auf dem Weg und dachte, der Siegbert wird jetzt auch bald Feierabend haben und da warst du praktisch schon da. Du musst mich doch nicht hier abpassen. Du kannst doch in mein Büro kommen. Ich dachte, wir könnten ein Glas Wein oder so im Ratskeller. Hä? Ja. Ja, warum nicht? Gibt es was Neues? Ihr ermittelt doch weiter. Willst du mich aushorchen oder ein Glas Wein mit mir trinken? Reg dich nicht auf. Wer sagt denn, dass sie dir was anhängen? Sie. Du gehörst auch dazu zu dem Laden. Pass auf, der Verdacht kann nur gegen jemanden gehen, der a, Zugang zu dem Übungsraum hat und b, das ist das entscheidende Ahnung von Technik. Du kannst tote Sprachen, aber kannst keine Schraube reindrehen. Also. Zum Wohl, Herr Strobel. Danke, Herr Mann. Wir dürfen jetzt nicht resignieren, Chef. Wir müssen das Heimeran und Schilling mal so richtig zeigen. Aber wie? So? Sicher nicht. Moin. Hey! Einen Piccolo für die Dame. Ach, gibt's was zu feiern? Kriegt der Stehlen schon auf alle Viere? Kocht die Möbis endlich Kaffee statt ihr eigenes Supp. Rollt euch der Heimeran der rote Teppich aus. Wen habt ihr noch in den Mangel genommen, he? Wem habt ihr das Geständnis entrissen? Vorzeigbare Erfolge! Wir haben uns die drei restlichen Bandmitglieder ganz schön zur Brust genommen. Ja, und Dieter, muss ich ja die Würme einzeln aus der Nase ziehen. Moment, ihr Temperament in allen Erden, aber der Schock von heute Morgen muss jetzt mal verdaut werden. Eine Jugend, die nicht mehr ist, was sie einmal war, nicht? Kein Leichtsinn, kein Übermut, keine Verrücktheiten, keine Leidenschaft, keine Liebe, keine Eifersucht. Nur Berechnung, Planung, Ehrgeiz, Leistung, nicht? Die haben, was euch fehlt. Die haben eben nicht, was uns fehlt. Ein anständiges Motiv, nämlich. Lassen wir mal die drei Oberschüler weg, wer bleibt. Der Lehrer, der Hausmeister, der Schulleiter oder der große Unbekannte. Was hat der Vater vom Opfer gestern gesagt? Da lassen sie den Kleiner alles dreimal prüfen und dann das. Lehrer, ohne Motiv. So ein humanistischer Oberstudiendirektor kann Latein, aber keine Schraube eindrehen. Also, Hausmeister und ein großer Unbekannter. Fangen wir mit dem Hausmeister an, das ist leichter. Leicht, Dieter, was ist denn das für ein Vorsatz? Aber besser als gar nix. Prost. Das ist Mario. Bravo, Herrmann. Marschrichtung klar? Marschrichtung klar. Marschrichtung klar. Marschrichtung klar. Marschrichtung klar. Marschrichtung klar. Guten Tag. Was wollen Sie denn hier? Die Schulsekretärin hat mich hergeschickt. Das ist doch keine Antwort. Ich bin auch kein Schüler, den Sie abfragen können. Darf ich mal? Was wollen Sie denn noch? Die Lösung. August! 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 August der Kleine und Karl der Große. Hat sie das auch schon rumgesprochen bis zu Ihnen, ja? Ich finde das nicht schlimm. Lehrer Seifert nennt sie auch so. Sehr originell. Hab ich nicht davon. Interessante Grafik, deren Bedeutung sich mir leider nicht ganz erschließt. Ich helfe Ihnen. Die Durchgestrichenen haben wir alle einzeln befragt. Keine Widersprüche in den Aussagen, keine Motive. Damit implizieren Sie, hier fällt es sich anders. Motive? Zumindest Widersprüche. Ich will Ihnen mal was sagen. Der Seifert, der kann sich noch so gemein machen mit den Schülern. Danken wird's dem keiner. Wenn der hier wirklich neuer Schulleiter wird, dann tanzt ihm die ganze Blase auf dem Kopf rum und das Chaos ist perfekt. Weißt du, als Spruch reif? Packenbring schmeißt vorzeitig das Handtuch? Von wegen. Gedrängt wird er. So ein verdienter Mann. Bloß weil dieser Jungdynamiker ständig mit den Hufen scharrt. Sie wissen ja gut Bescheid über den Herrn Oberstudiendirektor. Der Karl ist nicht äther betäte. Er spricht zwar alte Sprachen, aber mir sagt er trotzdem auf Deutsch, wohin der Schuh drückt. Finde ich gut. Versuchen Sie hier irgendwie einen Keil zwischen mich und Herrn Kleine zu treiben? Das wird Ihnen nicht gelingen. Sie haben so geredet, eher so. Was Ihre Haltung zur Schülerbänd und zu Seiferts ganzen Aktivitäten angeht, das haben wir nicht erfunden. Ich kenne August Kleine seit Jahrzehnten. Unsere gemeinsame Linie bezüglich Ordnung und Disziplin im Hause ist immer die gleiche. Nur formuliert er das schon mal etwas direkter. Auf seine Art. Wir stammen beide noch aus der alten Schule. Das verbindet. Völlig klar. Kann ich gut verstehen. Da überschreitet man eben die 50 und soll schon zum alten Eisen gehören. Das kann doch nicht angehen. Grinnen Sie nur. Ich hab doch gesehen, wie Sie sich die Leitung des Pfalzes unter den Nagel gerissen haben. Und auch so ein junger Dynamiker. Schöner Deduktionsbeweis. Wer übrig bleibt, der war's. Wer sich mit Gerundium und Gerundivum auskennt, ist kein Elektrofachmann. Es gibt für alles Bücher. Das kann nur ein Lehrer sagen. Oder wollen Sie sich selbst beschuldigen? Schulleiter auf Lebenszeit. So eine Art Throninhaber, meinetwegen. Aber ich hab da noch eine Frage. Haben Sie Karl den Großen vielleicht in die Geheimnisse der Elektrik eingeweiht? Als Gegenleistung. Gegenleistung wofür? Für sein Verständnis, dass Ihre Hand ziemlich locker sitzt. Und dafür, dass er Ihnen, was Postenlohn und Rente angeht, den Kopf gerettet hat. Oder hat Sie, August der Kleine, persönlich unterrichtet? Warum und wozu? Aus Dankbarkeit für Ihren Beistand. Sie wissen schon, körperliche Gewaltanwendungen gegenüber Schutzbefohlenen. Und um ein schweres Unglück zu inszenieren. Mit Starkstrom. Dass man prima dem aufsichtführenden Lehrer anlassen kann. Dessen Karriere damit erstmal gestoppt wäre. Sind Sie von selbst drauf gekommen? Oder haben Sie ihn angestiftet? Oh! Sie können nichts beweisen. Und das ist das Letzte, was ich ohne meinen Anwalt sage. Hauptsache, August der Kleine hält dicht. Er könnte auf mildernde Umstände spekulieren, wenn er Sie der Anstiftung bezichtigt. Und wenn Sie dann leugnen, könnte die ganz schöne Solidarität zwischen dem Großen und dem Kleinen im Eimer sein. Ich möchte jetzt in mein Büro. Ich habe keine Schuld, es geht erst um 9. Die wollen uns fertig machen. Dann bin ich ausgerastet. Wo ist mein Kollege? Sagen Sie mir sofort, wo mein Kollege ist. Dann gucke ich eben selbst nach. Lassen Sie mich los! Oder ich mache gewaltigen Radau! Ah! Ich möchte jetzt nicht ins Röhrchen blasen, Restalkohol. Ah, bis Sonnenuntergang ist das weg. Marion hat gestern zum Glück noch den Wecker gestellt, sonst will ich jetzt noch schlafen. Prima Frau, gratuliere. Der Mann ist nur so stark wie die Frau hinter ihm. Ja, ja, Frauen haben auch ihr Gutes. Es gibt aber Aufwege, die sind ständig vor einem. Verholen Sie, Chef. Wo ist sie? Sie wissen, wen ich meine. Wer nicht im Büro oder zu Hause? Auf dem Tor dort. Nur verwahrt, keine Gewalt, verstanden? Herr Hauptkommissar. Morgen erst mal. Meine Sekretärin gesehen? Morgen. Wen? Oder den Kollegen Schilling. Moment mal langsam, wen? Frau Möbius suchen wir. Schlank, blond, mittelgroß. Und Herrn Schilling, so groß, so dick und ziemlich wichtig neuerdings. Sein Wagen steht doch vor der Tür. Ach so, warten Sie mal. Vielleicht hat der Hausmeister. Nee, nicht in so einem Raum. Suchen wir doch alle drei zusammen und gemeinsam. Wo fangen wir an? Oben und arbeiten uns nach unten. Los, los. Ich hab noch eine Haare drauf gemacht. Herr Pf persist! Untertitelung des ZDF, 2020 Zitzen. Hier sind Sie nicht. Messerscharf beobachtet, Polen. Aber Sie könnten hier gewesen sein, weil Herr Kleine zeigt, Besuchern immer gerne schöne Aussicht. Wo sind Sie abgelieben? Weiß ich nicht. Vermögens kann vieles, aber fliegen kann sie noch nicht. Auf wie vielen Stockwerken gibt es Kilometergeld? Geld, Polen. Unsere Mühe entlohend ist Gerechtigkeit. Kleine, bleiben Sie stehen. Es ist sinnlos. Nicht noch ein Unschuldiger. Bleiben Sie stehen, Kleine, oder ich schieße. Hinten, oben. Kleine, schau mal an Sie. Ich mach von der Kussbar bitte drauf. Sie bleibt hin. Hier ist der Schlüssel. Das Gerichte, was hier ist. Ich schufe auf Ihr eigenes Grabschau. Ein Seefolzer Luka. Haben Sie eine Schwarzbröterei? Vorsicht! Alles unter Strom. August, bitte, Verhölter, es ist Mord. Ich wollte den Schülern nicht umbringen. Ich war versehen. Ein paar wollten zu viel. Das wollten wir beiden nicht, dass nichts sie glauben. Ein kleiner Dämpfer für den neunmal schlauen Seifert. Ein Unfall mit bedauerlichem Ausgang. Vor Gericht heißt es, Körperverletzung mit Todesfolge mindestens. Plus Mordversuch an Formybius. Das war ja wohl mehr als ein kleiner Dämpfer. Das Strafmachs sollte der Voltanzahl entsprechen. 230 Jahre. Schilling. Verdauungsschlaf am frühen Vormittag. Nee, noch eine Kurzschlusshandlung. Wir sind viel auf dem Mahl, nicht? Schaffen Sie uns bitte hier weg. Den Triumph gönne ich den Schülern nicht. Man sollte sie öffentlich auf dem Schulhof ausstellen. Was kommt raus, wenn man Leute einfach zum alten Eisen wirft? Die könnten glatt zu Mördern werden. Merken Sie sich das gut. Warum? Sie gehören doch nicht dazu. Sonst hätten Sie mich nicht rechtzeitig retten können. In letzter Minute. Ach, auf einmal. Außerdem haben Sie noch etwas Gutes bewirkt. Kollege Schilling war die ganze Zeit so motiviert, dass er überhaupt nicht ans Essen denken konnte und Klappenverfunde verloren hat. Kennen Sie den Jojo-Effekt, Frau Möbius? Wenn ich ab nächster Woche wieder das Sagen habe, sind die Pfunde in Nullkommanix wieder drauf. So, und jetzt weg hier. In der Schule habe ich schon als Kleinkind gehassen. Vielleicht bleibt der Jojo-Effekt bei Schillings neuer Arbeitsdiet aus, wenn der Herr Direktor ihm gleich die nächste verantwortungsvolle Aufgabe überträgt. Das wird er schön bleiben lassen. So schwierig ihm aufs Brot. Mit was für schönen Freunden er die Schulbank gedrückt hat. Und der Brotaufstrich wird fingerdick sein. Wenn Sie dem so kommen, Chef, hat er garantiert schon immer gewusst, dass mit seinem Schulfreund was nicht stimmt. Ja, Kragter ist eben Glückssache. Findet man seltener als ne Lupe im Heuhaufen. Besonders bei Vorgesetzten. Wesen in der Sache scheinen dir ja einer Meinung, Frau Möbius. Besser als nichts. Oder, Chef? Besser als nichts. Besser als nichts.